In unserem heutigen Video möchte ich Ihnen eines unserer besonderen Designgehäuse vorstellen, das Designgehäuse Curve. Sein Name hat das Gehäuse durch seine abgerundete Form erhalten. Hier trifft ein modernes Design auf Funktionalität. Das Gehäuse besteht aus zwei ineinander gesteckten Halbschalen. Diese werden durch eine Front- und Rückwand mithilfe einer Schraubbefestigung arretiert. Schauen wir uns nun das Innere des Gehäuses an. An den Seiten erkennen Sie die Führungsnuten, welche eine schnelle und einfache Montage von 100 mm Europa-Karten ermöglichen. Die T-Nuten in den Ecken sind für die Befestigung von Montageplatten oder ungenormten Leiterplatten vorgesehen. Der Vorteil ist, dass die Leiterkarten ganz leicht in das Gehäuse eingeschoben werden können, wie Sie hier an dem Beispiel einer 100 mm Europa-Karte sehen. Es ist keine weitere Fixierung notwendig. Verschließt man das Gehäuse wieder, sehen Sie die äußeren Zierstreifen. Diese besitzen einen Anti-Rutscheffekt, sodass Sie das Gehäuse auch problemlos als Tischgehäuse verwenden können. Die einzelnen Schrauben der Front- und Rückwand sind durch die Zierstreifen verdeckt und nicht sichtbar. Eines der Hauptmerkmale des Curve-Gehäuses. Unser Designgehäuse ist standardmäßig in sechs verschiedenen Farbkombinationen erhältlich. Außerdem gibt es sechs Längenvarianten, sowie die Oberflächenbeschichtung schwarz und silberfarben eloxiert. Eine mechanische Bearbeitung, Bedruckung oder eine andere Oberflächenbehandlung berücksichtigen wir gerne nach Ihren individuellen Vorgaben. Falls Sie für Ihre Anwendung einen speziellen Wunsch haben oder weitere Informationen benötigen, stehen unsere Produktexperten Ihnen gerne zur Verfügung.